Was ist die Geschichte dieser Fahne? Sie hing im World Trade Center. Sie hing an diesem Tag im World Trade Center, als dieses Attentat stattfand. 9-11 ist jedem bekannt. Und alle Fahnen der UNO-Staaten hingen im World Trade Center. Wir sehen es hier, diese Spuren dieses Tages in der Fahne. Die Fahne ist zerstört. Sie sehen hier diese Einrisse. Sie sehen hier den Staub. Und ein Feuerwehrmann, der bei den Löscharbeiten dabei war, der bei den Rettungsarbeiten dabei war, hat diese Fahne aus dem World Trade Center herausgezogen, sie gerettet, sie uns zugesandt, sodass wir diese Fahne mit ihren Spuren nun in unserer Sammlung haben. Und sie erzählt die Geschichte dieses schrecklichen Attentats.